Hast du? Zwei, Drei Oh, wenn er nicht fällt Yo, Freunde! Heute gibt es wieder eine ultimative Horse-Challenge Nur ohne das Wort Horse Zwei vs. Zwei und zwar mit dem Board LOSS Weil wir alle so lost sind Wer verliert ist maximal lost Wie gesagt ein zweier Team Mo und ich Das ist jetzt schon lost Team Außenverteidiger Team Bausteller ist wieder vereint Wir gewinnen alles Wir gewinnen was auch drei Millimeter Geil Jetzt ist vorbei Jetzt ist vorbei Ihr wisst wie das Ganze funktioniert Ein Team legt etwas vor, das andere muss es dann nachmachen Wenn sie es nicht schaffen, kriegen sie einen Buchstaben Und wenn man vier Buchstaben hat Weil lost besteht aus L-O-S-T Dann hast du verloren Lass gerne ein Like da für diese Challenge und ein Abo Oh, ein cooles Trikot an der Stelle Also an der Stelle kann man das auch mal so sagen Also apropos Trikot Hier seht ihr den Gewinner vom Union Berlin Trikot Glückwunsch! Ja, ich hab gewonnen! Nein du nicht, du machst Kranz Du wirst Fortuna-Fan Wir schicken dir das Trikot zu Melde dich am besten einfach bei uns auf Instagram Und lass ein Like da für noch mehr Verlosung Für mehr Trikos Desast Let's go! Mein rechter Ausverteidiger Das was man am besten kann von 16er über den Zaun schießen Kurz überlegt Das ist wirklich unser Spezialgebiet Leg mal vor Einfach von 16er Kante Aber bitte schaff mal Bruder Oh nein Digger Ich dachte du kannst über den Zaun schießen Also Ecken rein drehen kannst du dir sagst du ja? Perfekt, dann machen wir dann Dann mach ich erstmal Ecken rein drehen Das war mein Spezialgebiet 1260 habe ich den Holz Holzi geschlagen in der Tür Ey 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 Nein Der sah gut aus Der sah ja gut aus Er hätte ein bisschen lateral haben müssen Da wäre er auch drin gewesen Meine Challenge Ball selber hoch flicken Und dann Volley Lattenschuss Ich würd sagen der zählt schon für 2 Buchstaben Wenn du den nicht schaffst Jetzt werden die echten Geschütze hier aufgefahren Bisher hat ja noch keiner was geschafft Deswegen ändere ich das jetzt Jetzt gibt es ein No Bounce Vom Mittelkreis aber unsere Seite Weißt? Also nicht ne? No Bounce Ich muss nur aufpassen, dass er nicht gegen Latte geht Oder drüber Ja gut Mein Fuß ist ein bisschen falsch eingestellt An der Stelle Nichts in der Latte Gucken ob es gut geht 16cm ist also ja? Links daneben schießen Nope Ja war nicht schlecht Was machen wir jetzt? Hast du was? Einfach Freistoß Heute werden Legenden geboren Legenden? Okay Wow Die Legende also Die Legende lebt weiter Komm Matrosi Ili Geh ins Tor Elber Jetzt muss mal hier wenigstens was klappen Alter Und ich bezweifle auch, dass einer von euch den Elfmeter schießen kann Ili den hast du Komm Ili Ili erzielen Ili Der war doch schon dran Der war doch schon dran Alter Was macht der denn da? Komm Ili Ich kann nicht auf mir sitzen hier mehr Gut Ili Versuch nur den Ball zu treffen Lass das jetzt hier nicht komplett blöd aussehen Ili Tastisch Ili Tastisch Also wir machen jetzt hochhalten Ich fang auf diesem Rasen an Spiel über den Zaun Lauf um den Zaun rum Und da musst du weiter hochhalten Weißt du? Guck auf der Ball auf Alter Wenn du das schaffst Alter Dann geht ins Weltrekord Alter Das wird gut Hier anfangen Dann Um den Zaun rum Und da weiter hochhalten Alles klar Bist du ready? Wir sind ready Ich bin's auch ready Der wird ja nicht mal über den Zaun kommen Oh mein Gott Wie witzig Alter Was hast du dir gedacht? Hey ich wär fast dran Ich dachte ich spiele ein bisschen weiter rechts Ich hab den falsch erwischt Leute Das wär fast aufgegangen Ecke reindrehen mit Außenriss Frau Sterler Seid mal ein bisschen leiser Müsstens drehen ey Ja? Nope Nix klappen Heute klappen wir wieder nix Heute ist der Wurm drin Aber das Potato Trikot ist Maschallall Der Ball liegt hier Wir schießen genau da mittig durch Wo das Glas fehlt Steht da noch ein schönes Stativ Halt unsere Taschen Schlecht Ey der war echt close Wow Aber War wieder Miroslav Klose Diesen Ball Und jetzt Der Tor der Reinen Balance So klein ist es gar nicht Aber Versuche erstmal das Tor zu treffen Dann sehen wir weiter Iiii Alles klar da kommen die Dance Moves Ja den Schuss den muss man ja gar nicht sehen Oh mein Gott Gegen Bande ey Mach ich jetzt nur ne Challenge von diesem Rump hier Nur Netz heißt er muss ins Netz Und nur dahin Was meinst du wieviel Zentimeter sind das? Uuuuuh Boah der Last war gelten alter Der war Der hat schon gut das Netz berührt Warte das muss ich übernehmen Warum machst du denn nicht wie hier den Moe Alter Kein Vertrauen Kein Vertrauen Kein Vertrauen Kein Vertrauen Der will unbedingt vor die Kamera weißt du Achso Boah knapp Für die nächste Challenge brauche ich nicht nur den Ball Sondern auch Der Corona Maneli Kommen wir jetzt hier zur ersten Team Challenge Und zwar machen wir Fünfmal mit dem Kopf hochhalten Hin und her Oha Das gab es noch nie Eins Zwei Drei Vier Egal wir machen das gleich nochmal mit 10 Jetzt sind wir ein bisschen eingeguckt Weißt du Der Wolli Ableger Was ist das denn? Der Mensch der ablegt Der legt den ab Und dann titscht einen und dann kannst du absen Schart Sache der trifft ey Schisch Eli wer macht das jetzt hier von uns Ich meine wir waren beide sehr gut jetzt beim Wolli King Rematch Stimmt Null Tore ne Beide Null Also komm ich mach es ich probier es Ich hab es mit dem Fuß Uuuu der Droger Elias ist schon so nervös beim Werfen Jürgen wie hoch er wirft Holzi oh mein Gott Jaaaa Das ist das Ende für euch War ok Ja aber Stabilität ist nicht alles Ich muss jetzt von der Mittellinie ein Tor schießen Ohne Torwart Der muss ja nicht nur bei uns gehen Einfach nur ins Tor Jaaa Junge An den Eli Bra Bra Schienbeinpfosten Lass doch hier mit dem Moorball schießen oder? Nein 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 Juuu 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 Es ist einfach nur easy Eli Was machst du beim Bambini Challenges hier? Denk dir was richtiges aus Ich hab es fürs Gutes Ja nächstes Mal hier vom anderen Tor ins Tor Was hältst du denn von Fallrückzieher Challenge? Ja super geil Komm hau rein Direkt Eli bist du bereit da? Komm Hast du den Eli? Hast du den Eli? Ja direkt komm Hast du Stark Eli Der Lars wirft mir jetzt an Und ich versuche in meinem Knie das Tor zu treffen Ohne Torholt natürlich sonst wäre das nicht mehr Wow Uuuu schön Du bist jetzt nicht dran Okay Brich nicht auseinander Du musst schon an Guck mal wie der da steht Alter Das wird nix Das wird nix Ja Ja Oh mein Gott Geil Das ist unser erster Punkt Ey Alter Ich werde diesen Ball über den Zaun chippen Nicht schlecht das ist der Chipmaster ja Kannst du chippen? Nein Der schafft es nicht mehr drüber zu werfen Wow Nicht schlimm Nicht schlimm Wir machen jetzt Gabona rein drehen Von hier von Künva Oh mein Gott Jetzt ist der Druck da Nice Juge Danke danke Mo willst du das machen? Ich schmecke auch ein O Hast du da ein O auf der Zunge? Buchstabensuppe oder? Ich hab da schon das O hier Autos Was? Du hast ja gar nichts verstanden Alter Du gehst nach Hause Das O Ja das O Da muss ich Loh Da muss ich ganz dringend Loh Wir sind jetzt hier auf dem anderen Platz hier Young Und hier ist das Tor hochgeklappt Und da oben ist so eine schöne Linie ne Da hauen wir jetzt genau den Ball rein Und der muss auch da drin liegen bleiben Schönes Ding Oh mein Gott Da hast du schon Eier flattern Mo ne? War nicht schlecht Soll ich das übernehmen für dich? Willst du machen? Hast Angst ne? Mach ruhig Okay Da musst du los Oh Oh Wasted Du hast das doch im Fuß Wie hast du dich nicht getraut? Keine Angst ne? Ja 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 Eigentlich ist das easy Falls jemand von euch Linksverteidiger spielen kann Meldet euch Zehner wenn du jetzt den Apfel da hochnimmst Eli Das ist unsere nächste Challenge Vom Apfel abbeißen wären die Westen drin Boah Noch ist nichts verloren Aber wir müssen langsam auf die Safety Sachen gehen Deswegen Volley Rabona Latte Das will ich sehen Das will ich sehen Das will ich sehen Das will ich sehen Iiiiih Heute wie jetzt wieder Klassico Was machst du überall? Heute Klassico machte du Dann wissen die Leute noch Bescheid Heute Klassico Du bist doch Manuel Eli Komm Oh mein Gott Ja Der war halt Kraft Der war unpräzise Leute ich will jetzt in den Winkel schießen Aber dafür muss Eli sich erstmal in den Winkel hängen Ihr werdet jetzt Live Zeuge Wie Eli an die Latte klettern lasst Ich verstehe auch nicht warum man da nicht Oh mein Gott Ey ich krieg keinen Lohn mehr Oh mein Gott Oh mein Gott Der hat's geschafft Der hat's geschafft Guck mich mal an wie ich aussehe Guck mich mal an wie ich aussehe Ich muss jetzt schneller durchschießen Ich fett's vor seinem Kopf Der kann nicht mehr lange halten man Oh mein Gott Dafür das ganze Ich hab so viel Tränen in den Augen Ich kann gar nichts mehr sehen Links Freistoß Das muss da jetzt mal irgendwas Okay Eli den hast du Du weißt wie kann ich mit links schießen Besser linksfuß als manche hier mit rechts Das erste ist schon gekauft Jörg Nein ich probier Ich probier wenn du nicht willst Der war gut geschossen für links Stark gehalten War nicht schlecht Gönnt euch das Trikot Leute Brotatos We are one Okay jetzt müssen wir beide los hier Nur noch um den T Okay einfach No Bounce rein Latte zählt auch Latte oder No Bounce die Ansage Latte oder No Bounce Beides geht Weil Vielleicht treib ich auch Latte bei meinem Glück Er macht halt den No Bounce Ja Latte zählt Latte zählt Wer macht das von uns Digga Ich hab heute einen Augen hier Ja? Und da willst du machen Ja Willst du wieder den ganzen Druck auf mich ablassen hier ne? Du musst auch mal was machen Bo Hast du irgendwas nachgemacht? Ich mach mich Links vorbei Du hast die Kraft Du hast sie Und dann schießt er den einfach rechts vorbei Na ja ihr habt gewonnen Glückwunsch Glückwunsch Alter Glückwunsch Los 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 die los die los Los Wir sind los Was will man machen? Und wir müssen los Wir haben gewonnen Küsst euch doch jetzt zum Sieg Ja klar